Hier ist alles sehr konzentriert, man hat halt alles in einem Hause, was man da ja auch hat. Bloß die Zeitspanne bei euch ist halt kürzer, als wenn ich bei meinem Zahnarzt in Deutschland wäre oder in Behandlung wäre. Hier konzentriert sich alles auf die eine Woche oder zwei Wochen, die man hier ist. Und das finde ich ganz gut. Dann hat man wenigstens einen Anfang und einen Endziel. Und muss sich, so wie in Deutschland, ein halbes Jahr hinterherlaufen bei irgendwelchen Terminen, wenn er dann mal wieder frei hat oder wenn man die Gesetz kriegt, dass man dann wieder dahin geht und sich das Nächste machen lässt. Ich habe es schon einmal hinter mir vor neun Jahren. Ich sage mal so, ihr seid steriler. Im Eingangsbereich gleich diese blauen Schürchen anziehen, Hände wischen und ja, bei euch ist es wirklich sehr steril, sage ich mal so. Und ich finde es auch ganz gut so, das muss halt sein, sonst kann man wirklich vielleicht irgendwo Bakterien oder was weiß ich sich einfangen. Und euer Geschäft besteht halt darin, gesunde Leute nach Hause zu schicken.